Kohlweißling Zu den Kohlweißlingen zählen in Deutschland zwei Schmetterlingsarten, deren Raupen an Pflanzen aus der Kreuzblütlerfamilie wie Kohl, Rucola, Radieschen und Raps fressen. Die Falter des großen und des kleinen Kohlweißlings ähneln sich sehr, doch ihre Raupen und deren Verhalten unterscheiden sich. Der große Kohlweißling erreicht eine Flügelspannweite von sieben Zentimetern. Die weißen Flügel sind an der Spitze bis über einen Teil des äußeren Randes schwarz gezeichnet. Die Weibchen haben zusätzlich zwei runde schwarze Flecken auf den Vorderflügeln, die der Männchen sind dagegen nur von der Flügelunterseite her sichtbar. Der Kopf und Körper der Schmetterlinge ist schwarz mit weißer Behaarung. Die Falter des kleinen Kohlweißlings erreichen dagegen nur vier bis sechs Zentimeter Flügelspannweite. Die schwarze Zeichnung der Vorderflügel reicht nicht bis an den äußeren Flügelrand. Die Weibchen tragen zwei, die Männchen einen schwarzen runden Fleck auf den Vorderflügeln. Die Falter treten ab April auf und ernähren sich von Blütennektar. Der große Kohlweißling legt im Mai und Juni seine gelben, kegelförmigen Eier in großen Gruppen an den Blattunterseiten ab. Die daraus schlüpfenden Raupen sind zunächst gelblich mit schwarzem Kopf. Spätere Larvenstadien sind zunehmend grün gefärbt mit gelben Längsstreifen und auffälligen schwarzen Flecken, in deren Zentrum weiße Borsten sitzen. Die Larven des großen Kohlweißlings bleiben in Gruppen zusammen und skelettieren die Blätter von Kohlpflanzen bis zum Kalfraß. Dabei hinterlassen sie große Mengen grün-schwarzer Kotkrümel. Sie erreichen eine Körperlänge von bis zu vier Zentimetern, bevor sie sich an der Pflanze, an Steinen oder Hölzern verpuppen. Auch die Puppen sind mit ihren schwarzen Flecken und ihren herausragenden Spitzen recht auffällig. Eine neue Faltergeneration schlüpft im Juli und verursacht einen spätsommerlichen, stärkeren Befall an der Pflanze. Der kleine Kohlweißling tritt zeitgleich auf, lebt aber insgesamt etwas unauffälliger als sein großer Verwandter. Seine blassgelben Eier legt das Weibchen einzeln und über mehrere Pflanzen verteilt ab. Sie sind daher nur durch genaue Kontrolle der Blattunterseiten aufzuspüren. Die anfangs hellgelben, später gänzlich grünen Larven leben ebenfalls einzeln im Bestand verstreut. Sie sind mit hellen Borsten bestückt, die ihnen ein samtiges Aussehen verleihen. Eine gelbe Rückenlinie und gelbe Punkte auf den Segmenten zeichnen sich nur undeutlich ab. Sie fressen zunächst an den äußeren Blättern, dringen dann aber in die Herzregion der Pflanze vor. Dort kann ihr Fraß an Wachstumsspitzen zu Verstümmelung und Verzweigung führen. Die Puppen des kleinen Kohlweißlings sind blassgrün mit braunen Spitzen an den Dornen. Vorbeugend gegen einen Befall kann eine Netzabdeckung in der Zeit von Mai bis Juni die Kulturpflanzen vor der Eiablage schützen. Erntereste müssen sofort eingearbeitet werden, um die Verpuppung verbliebener Raupen zu stören. Wird im folgenden Frühjahr zeitig der Boden bearbeitet, werden auch die darin überwinternden Puppen abgetötet. Verschiedene Schlupfwespen parasitieren die Eier, Larven und Puppen der Kohlweißlinge. Nützlingsfördernde Saumbiotope, Nektarspendende Blühpflanzen im Kohlbestand und die Wahl nützlingsschonender Pflanzenschutzmittel sind wichtig, um die natürliche Regulierung der Schädlinge zu unterstützen. Eine regelmäßige Kontrolle der Pflanzen auf Eigelege oder das Auftreten von Raupen hilft, Befall frühzeitig zu erkennen und Pflanzenschutzmittel zielgerichtet anzuwenden. Die Fraßgifte auf Basis von Bacillus thuringiensis oder Niem sind aufgrund ihrer nützlingsschonenden Wirkung gegenüber Kontaktgiften wie Pyretrinen und Rapsöl oder Spinosat vorzuziehen. Übergendende Blüh знаком